Sie wollen endlich da Werbung machen, wo Sie wirklich gesehen und wahrgenommen werden? Dann werben Sie doch jetzt. Smart. Regional. Aktuell. Regionaltipps ist ein ganzheitliches Marketingkonzept für Handel und Dienstleistung im lokalen Umfeld. Es ist die multimediale Informations- und Branchenplattform auf lokaler Ebene. Moderne Smartphone-Nutzer finden in dieser kostenlosen App Nachrichten aus der Region, Shopping-Angebote und Aktionen, Kultur und Events, Gastronomie und Freizeittipps, Jobangebote und vieles mehr. Das Ganze mit einer übersichtlichen Umkreissuche. Damit sind Ihre Interessenten immer bestens informiert. Sie können mit Ihren potenziellen Kunden ab sofort auch direkt in Kontakt treten. Senden Sie einfach Textnachrichten direkt auf deren Smartphones. Auch in Zeitungen und Magazinen kann eine Verbindung zu Ihrem mobilen Werbekanal per Klick hergestellt werden. Unser Cross-Media-Beispiel, das Magazin Ammersee Live, wird fünfmal jährlich in einer Auflage von 16.000 Exemplaren, kostenlos an Haushalte und zentrale Stellen im Ammerseeraum verteilt. Der Leser kann mit seinem Smartphone direkt Ihre gedruckte Anzeige scannen und gelangt sofort zu Ihren digitalen Informationen wie News, Bilder und Videos, Termine und Kontaktdaten. Schulterbreiter starten, Fußspitzen zeigen nach außen. Mit einer Werbung auf Regionaltipps erreichen Sie somit eine Präsenz auf allen Mediakanälen, in der App, in Printmitteln und im Internet. Bis zum nächsten Mal.